L4 Ja, schön. Aber, also, kaum sehen die alle im Panzer, geht's natürlich voll ab, oder? Oh, yeah. What's going on? Er ist ja leicht spül, Alter. Ich hab auch mal so'n Kamaru. Ich glaub's ja nicht, ey. Boah, schöner V8-Zahn. Blöw bei mir. Boah, ich glaub, ich mach' Überfall, geh ich noch am Job. Warte kurz, ich hol dich kurz ab. Achso, okay. Wie gesagt, ihr wisst ja, ich steh hier auf sowas. Ach so, du nimmst auf. Natürlich nehm ich auf. Gut zu wissen, du hast nämlich einfach eine Einleitung gesagt. Oh, ich bin so eine coole Sau. Alter, die Kiste ist aber auch geil. Irgendwo. Oh, ich hab' so'n komischen Kreis da bei mir. Den roten. Warte mal, ich muss mal gucken, ist das hier ein Bulle oder was? Ah, das ist hier so'n Militärwagen. So und so. Aber nee, den will ich gar nicht haben. Ich würd grad sagen, muss ich aushalten, muss ich holen, aber nee, da hier. Ah, da will der mich ver- Alter, will der mich hauen? Alter, hau' ab, Junge. Ich hau' dich um, Junge. Oh, geil. Das macht so Spaß. Du bist leider auf der anderen Seite der Map, das heißt, ich brauch' noch ein bisschen, aber es sollte gehen. Der hat mit, mit seinem Military-Van-Typ kranken Scheiß, hat der mich, äh, wollte der mich rausziehen aus seinem Auto, aus meinem Auto. Mhm. Und wollte, äh, mir mein Auto abziehen. Ich echt sag, nisch das halt, nisch das. So, jetzt hab' ich irgendwie so'n Ferrari-Verschnitt. Gucken wir mal. Oh, der geht gut. Der lässt zecken, aber es regnet gerade. Lass uns wieder das Hütchenspiel spielen, wir spielen das Hütchenspiel. Ich komme, äh, leider ist der Wind bei Regen so verdammt stark, dass es mich die ganze Zeit umdreht. Ich brauch' noch ein bisschen. Ich fliege auch grad. Du hörst mit was? Mit dem Auto. Du fliegst mit dem Auto? Ja. Okay. Boah, dieses Geräusch ist so geil. Wut, 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 wut. Ach so, du kommst von der anderen Seite. Ja, dann muss ich ja nicht vor dir wegfahren, dass das ja blöd sind. Das wär' blöd, ja. Äh, ich hab' auch schon ne gute Idee, was wir machen könnten. Ja, sehr gut. Und zwar könnten wir auf den höchsten Berg des Spiels fahren und da dann mit Motocross runterfahren. Wie sagst du, das bockt richtig? Ah, ich, 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 ich seh' grad' wieder, die holen, ey, die sind so krass, die fahren echt mit'n Heli und, und, äh, äh, einer ist mit'n Panzer drunter. Nice. So krass, ey. Also ihr erlebt hier echt richtig kranken Scheiß. Das müsste man fast als Thumbnail nehmen, oder? Was will ich mal im Moment hier nirgendwo acht Minuten? Boah, was, ey, wieso, wieso bin ich jetzt wieder schuld? Ich bin nur schuld, weil ich schwarz bin. Ach, halt, hier, auf, boah. Auf, 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 auf. Das spricht hier mit dem Im-Game-Chat. So, ich komme. Mann, wäre der Regen weg, das, es wird das Ganze erleichtern. Kommst du? Ich hab jetzt fest mit dir gerechnet. Ich bin tot. Wieso bist du tot? Ähm, ich weiß nicht, da waren auf jeden Fall auf einmal Cops. Ich komme. Bist du irgendwie in einem Tunnel, oder? Nein, nein, nein. Okay. Wo bist du, bist du, bist du, in? Du bist, nein, okay, okay, okay. Fuck, 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 ich darf da nicht reinfliegen, da hab ich fünf Sterne. Nein, vier Sterne. Man darf nämlich ins Militärgebiet fliegen. Das haben wir gerade gesehen, beim letzten Stream. Egal, ich flieg einfach drüber, jo. Okay, ich hab vier Sterne. Ich hab vier Sterne. Schade. Ja, wo bist denn du? Du musst schon irgendwie auf offene Fläche kommen, gell? Sonst kann ich dich nicht abholen. Eine, was? Du musst auf offene Fläche kommen, sonst kann ich dich nicht abholen. Was heißt offene Fläche? Ich find dich nicht. Wo bist denn du auf der Map? Jetzt in der Kanalisation, aber... Und wie soll ich dich in der Kanalisation mit dem Flugzeug abholen? Nein, 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 du musst auch noch ganz kurz in dem Sprung gerade. Junge. Ich seh dich nämlich nicht. Schade. Äh, ich bin... Pacific bin ich. Was? Oh, ich glaub, ich muss aussteigen. Haha, sehr geil. Im Sprung, im Sprung erstmal schön persönlich das Auto aus dem Auto ausgestiegen und dann ist das Auto ins Wasser gefallen. Nice. Ich flüchte hier noch so ein bisschen vor dem Bullen. Okay. Ach, wie da auch wieder ein Problem mehr? Ja, ich hab leider vier Sterne. Ah ja, stimmt, du warst wieder auf deiner Army Base. Ja, unabhängig, ich bin einfach drüber geflogen. Du wolltest auch keine Fotos machen. Nein. Oh, hier ist so ein Penthouse, oder? Ist das so ein... Oh, das sieht cool aus. Da geh ich mal rein. Kann man die Häuser... Äh, frage ich jetzt mal ganz blöd. Kann man die Häuser betreten? Ähm, ich glaub nicht. Nicht alle, nein. Boah, ich sink im Schlamm ein. Krass. Oh, die wollen nicht alle immer hier, äh, von wegen Gefängnisausbruch und sowas, wollen die alle hier irgendwelche Missions mit mir machen. Ich bin tot. Kann passieren. In den Baume geflogen. Ich glaub, ich hab auch wieder Bock auf eine Mission. Ja. Gucken wir mal, was wir hier so machen können. Ich, 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 ich geh mal auf, auf die Jobliste. Ja, Einladung, Vorbereitung, Gefängnisausbruch. Komm, hier. Gucken wir mal. Es werden Details abgerufen. Schauen wir mal. Oh. Kannst du auch joinen beim Gefängnisausbruch? Ähm, ich weiß es nicht. Na, warte, ey. Den drück ich einfach mal aufs Spiel einladen. Das wär vielleicht ganz gut. Äh, alle aus aktueller Sitzung. Wollten wir nicht eigentlich noch auf den Berg fahren? Können wir später noch machen. Ja, später muss ich gehen. Ja, ich, ich seh dich. Wo? Ich hab dich eingeladen. Zu was? Na, jetzt kommt Popcorn-Geek. Ja, das sind aber vier Spieler. Da musst du wieder irgendwelche Spieler suchen. Das dauert dann wieder eine Stunde. Nee, die sind da schon alle da. Wie? Jetzt, ja, jetzt ist sogar ein anderer beigetreten. Ja, schade. Ja, dann mach ich nicht mit. Ah, schade. So, gucken wir mal. Der wird sich auch freuen. Der Host ist, äh, Level 34. Ich bin 10. Dann ist einer 13. Und ich, äh, noch ein anderer 15. Der wird sich freuen. Der denkt sich auch, oh, die ganzen Geeks. Das ist mir egal, was die für eine Sachen anhaben. Das ist dann echt so eine Sache. Die ist mir total Banane. Wie sieht's dabei dir aus? Also, welche Klamotten die anhaben? Mir ist egal. Das ist mir total egal. Muss jetzt mal gucken, was ich überhaupt machen muss. So. Möglicher Anteil. 15.000. Cool. Vergib dich zum Frachtschiff. Kriegen wir hin. Ich klau mir jetzt erst mal schön. Ach so, ich kann nicht. Oh, ich lege. Schade. So. Vergib dich zu. Ja, fährst du mal bitte? Mädel, komm. Oh, dann lass es bleiben, Mädel. Oh, der ist schon mal abgeschossen worden, glaube ich. Klammern wir uns mal die Kiste. Ja, gut. Na, dann komm rein hier. Dann halt mich. Gut. Weiter geht's. Ja, hau ab, Mann. Sucht euch selber ein Auto. Ey, wirklich, da stehen die da. Bist du noch da, Lichte? Ja, ich bin noch da. Ich lege noch ein bisschen. Das ist ja so richtig zu vermeiden. Da stehen die, äh, grad echt, äh, übelst rum. Ey, und, 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 kriegen es nicht auf der Reihe, sich irgendwie ein Auto zu holen. Irgendwie alles ein bisschen so komisch. Oh, jetzt sind die Bullen hinter mir her. Oh, das möchte ich nicht. Da habe ich keinen Bock drauf, bei einer Mission. Und das war fahrerisch eher ein Desaster. Der Spaß steht im Vordergrund. Sagt der, der alles umfährt. Das liegt an meinem bereits kaputten Auto. Oh, ich hab... Ich hab wieder Bullen. Bin Bullen losgegangen. Sehr gut. Ich hoffe, es passt mit der Facecam. Ich, ich hab's jetzt nämlich selber noch nicht probiert. Äh, beziehungsweise in der letzten Folge hatte ich sie auch schon drin. Und mal gucken. Ich hab's aber noch nicht geschnitten, weil ich wieder zwei Folgen habe, die ich dann schneiden werde. Und von daher hoffe ich das einfach, dass das klappt. Lege ich mit dir noch? Ich höre dich einwandfrei. Okay. Ah, 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 Auto. Auto von vorn. So. Und die werden mich garantiert megamäßig auslachen, weil ich einfach, ja, ich hab gerade mal die leichte Panzerung. Ich hab gerade mal eine Knifte. Und das war's. Ey, ich könnte ja theoretisch in diesen Ammonation Shop mal gehen. Warum denn da ordentlich nicht? Ja, das geht. Ja, genau. Auch in einer Mission, oder? Ah, in einer Mission nicht, nein. Okay. Ich glaub zumindest. Nee, der hat Pain in the Ass gesagt. Ja. Ja, das kriegen wir hin. Achso, ich muss mir eine Maske aufsetzen. Begib dich zum Container. Achso, ich sollte auch ganz wenig Aufsehen erregen, glaub ich. Guck mal, wo der andere hinrennt. Alter, was geht denn, Alter? Ich bin doch gleich wieder K.O. War doch klar. Alter, das ist ja ein übelstes Arsinn. Aber das kann man gar nicht. Also ich kann das mit meiner kleinen Knifte gar nicht schaffen alleine. Achso, ich muss das mal hin. Der steht wieder auf. Na komm, den steht nochmal auf. So. Immerhin. Ich hab einen gekillt. Ja, genau. Vielleicht hat er noch irgendwelche. Ey, ich hab wieder volle Munition. Das ist sehr gut. Ich muss ja eins sagen. Der Typ, der vor mir gelaufen ist, der hat's drauf. Im Gegensatz zu mir. Ich glaub, ich brauch eine neue Maus mit mehr DPI. Ich hab ja sonst nie gezockt. Aber jetzt merkt man das wieder. Du kannst doch die DPI einfach hochstellen. Ja, ja, das müsste auch gehen. Da hast du recht. Ich bin erst mal vorbei. Oh, oh, ich hab schon. Oder waren die anderen? Okay, der andere kann nicht fahren. Oh. 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 haha sehr geil der andere ist gestorben nein so knapp so werden wir die aufnahme jetzt bald weil ich weiß was du meinst ich probiere muss gerade hier noch mal kurz was bis wann hast du zeit was ist es nämlich gleich gehen deswegen oder wir machen es einfach so ein beruflich zurück wenn du mit der mit einer mission fertig bist und dann bin ich noch mal da weil man dieses meine seiner so jetzt haben wir den lichter sozusagen ausgeschaltet wir haben null team leben ich bin der letzte der irgendwie ein bisschen hier was reißen kann scheiße ich bin so am arsch ich schaff's garantiert nicht ich habe angst ich habe so angst weil ich fahr halt immer noch nicht mit dem gamepad sondern mit der tastatur halt und die knall mich doch garantiert weg das soll es dann erstmal gewesen sein ich hoffe es hat euch gefallen der guuso ist gestorben aber ich habe immer noch geld gemacht das war's bis dann bis dann